Wenn große Unternehmen, die sogar privat organisiert sind, in die Krise geraten, wie die Automobilindustrie zum Beispiel, da gibt es plötzlich Abwrackprämien. Warum gibt es keine Studierprämien? Wenn Banken in die Krise geraten, da sind Milliarden plötzlich da. Für die 220.000 Studenten, die wir in Österreich haben, und Studentinnen, braucht man keine Milliarden. Ein paar hundert Millionen täten da voll auf genügen.